Nein, ich bin auch gleich tot! Nein, ich muss... Ah, ich kann nicht mehr rennen! Nein! Ich hab ein halbes Herz! Ich hab ein halbes Herz! Scheiße, ich kann nicht, ich muss! Alter. Ja, mein Schwert ist kaputt. Ah! Du hast einen Schaufler abgekommen. Der wird jetzt auch geschaufelt, Alter. Du kannst ja mal kurz gucken, was am sinnvollsten ist mit was du schlägst, wenn dein Schwert kaputt geht. Und zwar wäre das nicht die Axt, weil die Axt macht vier Attack. Ja. Attack. Und der Ding macht Bums, ne? Boah, Gott, alter, Spinnen sind so nervig. Ja, Mann. Die Axt macht fast so viel wie ein Stein. Hinter der Schwert spinnt nicht. Boah, Bruder, Alter, ohne Witz. Boah, Bruder, Alter, ohne Witz. Bruder, Alter. Soll ich dir auch ein Schwert machen? Ich hab mir schon eins gemacht. Machst du halt die Fresse? Nimm dir als Zombie. Das ist mir egal. Geht eh auf dich? Ach, Dennis. Denn wir sind Nomaden, Nomaden. Wir müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, Nomaden. Keine Zeit verlieren! Kennst du wahre Werte? Das Lied. Ich kenn' unwahre Werte. Wer Werte? Au. Aua, Alter! Du kennst schon das Lied? Ne, ich glaub' nicht. Das ist cool. Alter. Ich hab halt noch dreieinhalb Herzen. Alter, das ist schon die Tatsache, dass es so ein Freiwild ist, bin ich echt enttäuscht, dass du das nicht kennst. Ich hab' ne Karotte gefunden. Okay. Äh, ja, ich weiß. Ich... Ich... find' cool. Ja, warte, wo laufen wir echt grad hin? Ja, einfach hier in die... am Strand mal entlang irgendwie, weil ich hab' noch nichts gefunden, wo so richtig geil aussieht, wo ich... wo ich stay'n will. Also ich find' euch genau hier ist euch relativ cool. Bruder, yeah! Ne, keine Ahnung. Ja, aber hier in der Wüste? Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Oder wollen wir hier in der Wüste? Weil das ist einfach wirklich ne Wüste hier so ein Satz. Wenn's mich als Biom gäb... Das wär' richtig geil, Alter. Aber das wär'n geiles Biom. Ist klar. Ich wollt grad irgendeinen raushauen, aber... Alter, ich bin gleich tot. Deswegen bin... Aua! Kerle, ey. Hab' ihn... du hast'n Pfeil im Kopf, Nuss. Alter! Oh, Max, wir müssen... Alter, wie schnell die sind. Ja. Nicht mich schlagen, ich hab' drei Herzen. Ich hab' dich nicht geschlagen. Ich hab' noch zwei Herzen. Ich hab' noch ein Herz. Josh, Mutterficker. Ja, Dennis. Ich hab' alles im Griff. Wollen wir hier dann bleiben, oder wie? Als ob. Ja, wo willst du hin? Lass' da noch weiterlaufen. Lass' Dschungel. Dschungel? Dann... Hab' mich nicht gesehen. Deswegen lauf' ich auch mal weiter, weil ich wollt' einfach nicht tot sein. Alter, da ist drei Skelette. Bringen irgendwie die Viecher weniger Erfahrung. Keine Ahnung. Und dann hab' ich schon relativ viel getötet, und ich bin jetzt schon Level 3. Ich bin Level 19. Echt? Ja. Ja. Ja, du hast aber auch viel abgebaut. Ja. Das ist klar. Das hat voll viel damit zu tun. Ja, ey, wenn du Kohle abbaust, bekommst du auch noch. Ja, ey, 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 ey. Du hast schon mal viel abgebaut. Ne, aber ey, ey, ey. Du hast irgendwas Essiges, als die Situation kritisch ist. Ja. Ich verarsch' du Essen. Nein. Ja, dann sag doch was. Nein. Dennis, warum bist du? Die Situation hat voll eskaliert, Alter. Dennis, hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, nee. Was denn? Oh, 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 oh. Dennis, komm nach vorne. Nein. Nein, ich bin auch gleich tot. Rade, du musst... Nein, ich muss... Ah, ich kann nicht mehr rennen. Nein. Ich hab ein halbes Herz. Ich hab ein halbes Herz. Scheiße, ich kann nicht. Ich muss. Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du musst mich jetzt teleportieren, weil wir beim Spawn... Ich bin beim Spawn... Ich hab nur ein halbes Herz. Dennis, mach was. Nein. Ah. Och, komm. Kacke. Max, du musst dich jetzt teleportieren, sonst geht es nicht. Es geht nicht anders. Du bist beim Spawn gespawnt, so von der Welt. Alter, warum hab ich einfach die Betten stehen lassen, ey? Du scheiße bist. Ah. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn gestorben? Ah, da unten. Jesus, cool. Ich hab am Anfang eskaliert. Alter. Alter. Kacke, Mann. Alter, irgendwie... Ich hab das Spiel dann zu schwer in Erinnerung. Ja. Wir haben halt keine Rüstung. Alter, fickt euch doch hier im Scheißviecher die ganze Zeit, Alter. Oh, wie viel... Wie viel... Wie viel... Okay, die Sonne geht auch... Gehen einfach weg. Nein, Mann. Nein, Mann. Gott, Alter, es rennt einfach in den Scheißdschungel. Ich hab keinen Schwert mehr. Ja, dann hier. Ja, halt dich. Ne, dann ist es nicht. Ich renne zurück. Oh, das ist voll der schöne Anblick gerade. Wie ich so sehe, dass... Alles rennt jetzt hinterher, ja. Nein! Alter, ich muss schwimmen. Alter, ist das kacke. Leute. Ha? Sonnenaufgang. Komm her. Hier ist ein Schwert. Nein, ich hab ein Schwert. Aber es nimmt's auch. Das Schwert ist aber besser. Ich hab keinen Invertarplatz mehr. Oh, Scheiße. Ja, pass auf! Lass weitergehen, Lahn. Lahn. Dennis, komm schnell hinterher, Lahn. Nein, Dennis, Lahn, komm schnell, Lahn. 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 Stop auf ProSieben. Ja. Sehr cool. Nee, kann ich verlieren. Nee, brauchst du euch was zu essen jetzt? Hier, Deine... Ja. Boah, ja, Mann, Alter. Ich hab's aufgesammelt. Ich kenn leider gar nicht so einen hohen Ton irgendwie so, weil meine Stimme so... Okay, ist das halt die Frage, wollen wir jetzt da rüberschwimmen oder nicht? Ja. Alter, die Insel... Wollen wir da oben drauf bauen? Ja. Nee, wollen wir nicht. Doch. Doch, na klar. Und dann können wir noch so parallel dazu noch auf der anderen Insel noch was bauen. Okay. Wetten, das sieht nachher irgendwie scheiße aus einfach, ne? Die Insel. Nein. Wenn wir da was... Ja, natürlich, aber wetten, das sieht nachher irgendwie krank aus, wenn wir da drauf was gebaut haben. Das ist so ein scheiß aus. Ich kann das grad nicht mehr nicht vorstellen. Wir machen das. Oh, Mann. Alter, das ist aber echt geil hier, muss ich sagen. Ich hab sogar schon ne richtig geile Idee. Ich hab ne geilere. So ein offener Balkon. Zu, ne? Wo dann... Wo dann so... Na... Mach schon mal die Ideen hier und so nicht... Ne, 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 ne. Alter. Ich bin erst. Das ist echt cool, die Insel. Vor allem hast du da oben die fette Aussicht. Aber jetzt ist halt die Frage, ähm, wollen wir erstmal so ein kleines... Weil die Insel als fett beleidigt. Was? Ob du die Insel gerade als fett beleidigt hast. Ne, die Aussicht hab ich als fett beleidigt. Ne. Okay. Und zwar ist halt die Frage jetzt, ob wir uns erstmal hier kurz im Berg drin ne kleine Behausung machen, die halt so vorübergehend ist und wir dann quasi das große Haus anfangen. Ja, Mann, Alter. Dann halt oben... Also erstmal so ein Hauptquartier. Aber jetzt müssen wir erstmal zusammenfinden wieder, weil die Insel ist nämlich verwirrend. Und da ist Dschungel. Aber ich wollt mir im Dschungel nicht bauen. Ja, aber die Insel ist trotzdem episch, gell? Scheiß drauf, die ist geil, die Insel. Vor allem mit den Dschungel... Aber wir dürfen mal wie Dschungelbäume nicht abfällen, gell? Also hier auf der Insel wird nichts gefällt, okay? Doch. Ne, wird nicht kleines, oder? Doch, wir roden die komplett ab. Alter. Wie scheiße das dann aussehen würde. Eine Glatzeninsel. Eine Glatzeninsel? Eine Insel daneben ist ja auch episch. Ne. Okay. Also könnte es eine Zweitinsel sein, wo unser Atommüll dann gelagert wird. Übel, übel. Das ist sinnlos, aber der Atommüll direkt neben uns gelagert wird. Dann kannst du dir gleich auf den Balkon stellen. Ja, das ist aber eigentlich relativ geil, weil dann leuchtet ja nachts, weißt? Wo bist du eigentlich? Stell dich einfach in deinem Haus ganz viele Fässer mit Atommüll hin. Mhm. Dann musst du dir keine Sorgen mehr machen um die Lichtverhältnisse. Alles klar. Okay, Dennis, jetzt ist die Frage... Nein, was machst du? Ich weiß es nicht, warum ist das gerade klar? Jetzt ist die Frage... Lass mal hier nochmal kurz runter gehen. Wann sind wir dann hochgelaufen? Und dann lass mal hier einfach rein bauen. Ja, okay. Ist doch geil, Alter. Oh, ist das kacke. Mama. Okay. Dennis! Boah, Alter, wie es gedeckt hat. Übel, ne? Ja, was machst du eigentlich hier? Du. Ne, jetzt weißt du nicht weiter, gell? Ich hab Kakaobohnen. Gut. Ich hab zwei Betten. So. Aber egal, wir sind Nomaden. Und wir müssen halt auch noch weiterziehen. Alter, der Faden sieht mit dem Texture Pack aus wie der Schwanz von Spooky oder wie das Pokemon heißt. Der Faden? Ja, der, was die Spinnen droppen. Ach so, ich dachte das Fadenkreuz jetzt aber... Bonky oder so, ohne Witzes Viech fand ich da mal so cool. Okay. I don't know what you mean, but that's cool. Ah, Englisch, Profi, du. Marschmade, fertig. Ich weiß! Ah, lass mal den Ofen entblenden. Ja. Genau. Komm, machen wir. Wollen wir einfach noch mehr? Du, ich krieg die Kiste. Machen wir nochmal drei. Dann machen wir nochmal zwei und bauen so die. Ich krieg die Kiste nicht mehr auf. Ach so. Oh, was die, diese, diese... Alter, jetzt laufe ich mal hier! Alter, Tennis! Alter, jetzt ist meine Spitzei kaputt. Ja, nimm die Kakaobon, die gibt dir Kraft. Ich hab schon drei. Cool. Ja, hab ich schon. Okay, Dennis, äh, wollen wir, bevor wir anfangen mit Bauen... Willst du mich da irgendwie aufhören zu töten? Wollen wir, bevor wir anfangen... Okay. Bevor wir anfangen zu bauen... War ich die Workbench? Nee, hab ich nicht. Doch, na klar. Doch, Mann. Nein, hab ich nicht. Nein, weil ich hab die. Ja, Mann. Wollen wir, bevor wir anfangen zu bauen, irgendwie, äh, ne Höhlen-Tour machen? Wollen wir irgendwie mal einen Plan schmieden, was wir überhaupt bauen wollen? Ja, deswegen würde ich ja sagen, erstmal ne Höhlen-Tour. Da können wir erst, vielleicht währenddem wir das machen, da irgendwie reden. Und... Und... Ja. Oh, dein Gesicht ist so geil, gell? Ja. Ja, gut, Kerle. Was ist los, Kerle? Ich bin dafür, dass wir erstmal noch kurz warten, bis Nacht ist. Dass wir schlafen können? Ja. Ich mach gleich mal, ich mach, ich mach jetzt einfach mal ne Tür, okay? Wirf mal den ganzen Bullshit hier rein. Egal, aber wir sind, wir sind aber Nomaden, wir müssen weiterziehen, denn das... Apropos... Apropos, Apropos, Apropos Nomaden, gell? Ich mach mir jetzt nen Bogen... Ich mach mir jetzt nen Bogen. Was ist alles mit Nomaden zu tun? Weil die sich auch mal nen Bogen gemacht haben. Was willst du eigentlich von mir? Was auch am sinnlosesten ist eigentlich, ähm... Die Log... Also, wenn du in Minecraft das erste Mal nen Bogen machst, dann machst du den eigentlich immer so, dass du so die Stöckchen gerade legst und die Seide quasi in so nem Bogen formen. Aber wenn du logisch nachdenkst, wäre die Seide in nem Bogen formen, wär's kein Bogen, weißt? Weil halt das geht halt einfach nicht, weißt? Ich mein, wie willst du wieder schön den Pfeil spannen, wenn die Seide nen Bogen formen hat, weißt? Wie baut man denn nen Bogen? Ja, wenn du... Das siehst du sogar im Inventar, wie man das baut, weil das Rezept dafür da so hingemacht wurde. Oh lol... Aber meistens beim ersten Mal... Hä, das ist doch falsch rum, oder? Nein. Aber das Holz wird doch nicht gespannt. Das wird ja auch nicht gespannt. Aber das Holz ist quasi ja der Bogen. Und die Seide ist ja gerade, weil die Seide ja gespannt ist. Deswegen muss die gerade sein. Verstehst du, was ich mein? Ja. Ist ja Bullshit. Das ist aber eigentlich voll... voll exzellent. Was? Ich würde sagen, ähm... Wir haben schon 12 Eisen, lol. Ähm, dass wir jetzt das Eisen brennen. Und dann schon mal Spitzhacken machen. Dass wir auch was abbauen können, was wir irgendwie nur mit Eisen abbauen können. Und wenn's reicht, dann vielleicht noch... Exzellente Idee. Genau, und wenn's reicht, dann vielleicht noch ein Schwert. Und dann, wenn wir Eisen finden in der Höhle, dann machen wir uns auch noch, ähm, nen Dildo. Fände ich voll geil. Wenn man sich so Sextoys machen könnte in Minecraft. Denkst du, es gibt nen Mod dafür? Ja, mit Sicherheit. Sextoys Mod? Es gibt für alles nen Mod. Ja, stimmt eigentlich. Es gibt sogar nen Mod, der dir erlaubt irgendwie Gras anzupflanzen. Ja, es gibt auch nen Dings Mod. Schaflet hat mal nen Sex Mod vorgestellt. Aber ich hab mich da irgendwie nicht angeguckt, das Video. Keine Ahnung, was man da machen kann. Aber irgendwie, keine Ahnung. Kann man denn irgendwie so ne Höhlenturm machen? Ja, ich mach gerade noch Schwerter. Ich hab dir mal ein Eisenschwert gemacht hier. Weil, lol. Weil es ist wichtig, weisch. Und, es ist nur nicht Nacht, das heißt wir müssen erst warten müssen. Aber Alter, ich glaub, das wird verübelgeil hier. Also, die Welt. Also, beziehungsweise, wenn wir hier bauen. Weil, dann müssen wir es halt einfach anstrengen. Glaub ich, haben wir das schon fett. Warte, ich muss jetzt erstmal kurz das Screen... Lass mal noch kurz, wenn's tages, hochgehen und nen Screenshot machen. Okay, für die Stuntlegger. Ja, warte, ich will kurz mal Inventar sortieren. Ne, das würde ich nicht machen. Brauchst du noch Essen, oder hast du Essen? Bissle Asche eigentlich, oder? Ja, ich hab sieben Steaks. Ja, gut. Aber wir haben irgendwie noch 37 rohe. Also, wir können noch was und was braten. Ja, kannst du ja gleich reintun, wenn das Eisen fertig ist. Oder du machst einfach neuen Ofen, keine Ahnung. Ja, mein Bruder. Ich geh mal kurz hoch und guck mal, ob wir irgendeinen gescheiten Screenshot machen können. Ja, mein Bruder. Ja, mein Bruder, Alter, ja. Hast du eigentlich schon irgendwas auf Facebook gepostet? Zum Thema Minecraft. Ich hab geschrieben, Prost. Ne, keine Ahnung, was das euch da posten. Ich kann ja auch nicht sagen, dass du schon irgendwas geschrieben hast, dass wir... LPD machen, oder so. Ne. Kommst du hoch. Ich bin Kakaobo und irgendwie voll erotisch, ich weiß nicht. Boah, komm auf den höchsten Baum, Dennis. Aber eigentlich ist es viel epischer, wenn wir von weiter weg eigentlich einen Screenshot machen. Auf die Insel drauf, oder? Ja, stimmt eigentlich. Oder von hier oben runter. Vielleicht komm mal von da drüben, von der Insel, die da drüben ist. Ja, gib mal. , muss ich mal kurz machen, Bruder. Ja, mach mal. Jetzt soll ich mal kurz machen, Bruder. Dann hast du ja wieder nicht sterben, okay. Ich Limpere schon noch. Nicht überlebt, das? Ne, dann lass es. Ja, ich lass die so mal was.